Guten Tag und herzlich willkommen. Dieses Video heißt Ethanol als Lösungsmittel. Oh, da wurde ja mein Wort bekrakelt. Naja, ich kann es ja wegnehmen. Aber irgendwie Reste bleiben drauf. Was nehme ich? Ich nehme Ethanol in Form von Brennspiritus. Vor dem Mikro habe ich so eine Scheibe. Auch die wird mit Brennspiritus gereinigt. Und dabei auch gleich desinfiziert. Aber nicht nur das kann Ethanol. Von Ethanol werden viele Stoffe aufgelöst. Betrachten wir einmal die drei Stoffe Ethanol, Wasser und Benzin. Ethanol und Wasser sind in jedem Verhältnis miteinander mischbar. Genauso ist es mit Ethanol und Benzin. Wasser und Benzin hingegen sind praktisch nicht miteinander mischbar. Das liegt an der besonderen Struktur des Ethanols. Wenn ich mir das Ethanol-Molekul... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com So Und So So So